ja was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von wenn du siehst du zockt mit dem darf man sich bereits sichern im haus so erste runde müssen wir verteidigen liebe leute meine grippe ist schlimmer geworden und zwar so wirklich wirklich schlimmer worden deswegen hat mich der liebe art erstmal krank geschrieben jetzt vom 18 vierten bis zum 21 vierten fängste gut los so wenn er mir keine ahnung nicht nur die stelle wollen die mich hier mit allen arkt beteiligt alle bündel die schnauzer der kopf schmerzen oder ein level zehn um ein guter und solle töten m wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen hier kannst du eigentlich gar nichts machen aber absolut gar nicht das ist hier reine chaos theoretisch ich muss auf jeden fall hier abhauen ich bin hier raus hallo ich bin hier raus hallo meine fresse ich bin hier raus die drohne der gegner hat den bio gefahrgut behälter was das jetzt geht hier jeder raus oder was ich glaube das kann alles was macht ihr eigentlich gar nicht nicht in den explosionsradius kommen alter was in gottesdam ist das hier c4 platziert betonieren c4 wo what the fuck ein operator des eigenen trupps verbleibt die gegner sich hat die behälter ich weiß nicht shit ja was soll ich denn machen alter mission gescheitert eigener operator gefeilt ich verstehe diese ganze vorbereitung ehrlich gesagt nicht jule der erste aber nacht verstehe ich der fabrikadier der fabrikadier das der fabrikadier wie was ganz eh i don't get it i mean i really don't get it von gott say i don't get it die 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 z1000 die 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 natürlich my fucking goodness der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden der Biogefahrgutbehälter der Biogefahrgutbehälter was up motherfuckers oh give me these points oh give me the points give me the booty give me the points 10 Sekunden bis Einsatz 5 Sekunden bis Einsatz Biogefahrgutbehälter lokalisiert weiter zu seiner Position das Kraut jetzt ist es leer ich sehe das wirklich nicht ich bin zu krank um das zu sehen auf Der ist fast tot. Der ist fast tot. Aktivitäten, Bedrohung, Neutralisierung, eigener Trug hat Gegner eliminiert. Nice work guys. You know what, ich hab die Schnauze voll. Deswegen kommt Joka wieder zurück. Wir müssen den Vio gefahren. Oh nein. Ey sag mal, wollt ihr mich grad verscheißen? Ja geil, ich kann sie wieder nichts machen im Prinzip. Die Gegner haben den Vio gefahren und der Hälter lokalisiert. Ich bin schnell angeschissen. Was willst du hier machen? Bin hier weg erstmal in erster Linie. Hinterhalt gelegt. Oh mein Gott. Es bleiben 5 Sekunden. Beschütze den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du weißt ja was? Ich will nicht riskieren einen davon, beide Motoren. Alles egal, jetzt weil hier alles gerade voller Rauch ist I can see shit Ich seh wirklich gar nichts, Leute Was soll ich machen? I can see shit, Alter, weil da überall Rauch ist I don't rescue motherfuckers I definitely don't want to rescue I'm gonna tell you that already Ey, das Spiel ist mittlerweile ehrlich und spieler geworden, Alter Das ist... Nein, Alter, ich verstehe, ich verstehe das nicht Ey, so unspielbar, das ist unglaublich Ey, der eine schießt sich gegen den anderen, der Teamkill ist ohne Ende Ey, ich verstehe das nicht, Alter, Junge Man muss, glaube ich, wieder den Preis ansetzen für Rainbow Six Siege Machen wir wieder so 70 bis 80 Euro, da haben wir kein Problem mehr hier Er ist ja fucking lächerlich mittlerweile Ich hätte den Preis diesen Scheiß nicht droppen dürfen Gut gemacht Bio-gefahr gut behälter lokalisiert Ja, bitch Fuck yourself Give me all that booty meat 10 Sekunden bis zum Einsatz Give me all that booty Noch 5 Sekunden Weiter zum Bio-gefahr gut behälter und diesen sicher Oh Wer ist tot? 5 4 3 Wtf 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 Wo Cabriera ist, wissen wir allerdings noch gerade gar nicht. Mal kurz gucken, wo Cabriera sich herumtreibt. Streusprengsatz eingesetzt. Sprengladung einsatzbereit. Komm hinter mir, komm hinter mir, komm hinter mir. Komm hinter mir, komm hinter mir. Set du ass down. Absolut, nice. Sit dir ass down, motherfucker. Alright. Wir müssen verteidigen. Die Frage ist nur mit wem. ECHO, das gilt meine erste Wahl. Rook wäre meine zweite, Doc wäre meine dritte. Ja. Gute anzeige. Wir müssen den Raum sichern... Wir müssen uns aufgebildet. Oh mein Gott. Oh du musst dich lieb. Ich meine, du musst dich lieb ausschauen. Ey, macht ihr jetzt mit Absicht Ubisoft? Oh mein Gott. Wieso? haben den bio gefahrgut behälter lokalisiert ihr müsst das mit absicht machen what the fuck happened ich glaube das ehrliche ich glaube das hier wirklich alles nicht mehr aber wir kommen zu demnusen die drohne der gegner hat den bio gefahrgut behälter lokalisiert ich leide nach was 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 da das die 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 Das ist fucking lächerlich mittlerweile. Ey, das ist fucking ridiculous. Liebe Leute, ich mach dir mal einen Folgen-Break. Wir sind hier jetzt ein bisschen Pop-Roll-Musik sieht, wir sehen. Haut rein. Und tschüss.